Wir haben den 15.09.2022, jetzt habe ich leider keine Kassenzelle dabei, um aufzuzeigen, dass wir gerade das Datum haben, aber ich denke, vom Wetter sehen wir das auch. Ich war noch nie hier oben, ich bin zum ersten Mal hier oben und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, hier auf den Schwendelberg, ich wollte mal wissen, was da noch ist. Oder wie das hier aussieht, hat noch eine relativ schöne Aussicht. Einfach, damit ich hier den Ort kenne. Dann weiss ich, dass man hier zum Beispiel kann. Jetzt kann man hier mit der Familie hoch, man kann hier aber sicher auch mit der Freundin hoch. Es sind Begleitung, meine ich. Und das sagt ich, dass ich nicht nur noch was, ich bin. Ich muss ihn fort den Ort mit den Ort überstille, es ist immer noch nicht nur fast. Aber ich bin nur noch,ă ich bin ein Punkt. Ich bin ein Punkt, wenn ich nicht nur noch was, ich bin. Ich habe mich nicht nur noch, ich habe fällt, es wäre mir noch nicht noch, ich habe. Ich habe immer noch einmal, ich bin ein Punkt, ich habe hier zu are. Ich bin, jetzt bin ich mir vor, ich bin mir nicht. Aber ich bin mir jetzt nicht klar, ich bin ich nicht! Dein Ponketter, ich bin mir noch, ich bin mir für alle, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.